Hey, mein Name ist Marco. Ich habe euch ein paar Tipps, wie ihr eure eigene Kunstgalerie erstellen könnt. Eine Möglichkeit, Wanddekoration und Bilder zu arrangieren, besteht darin, sie in einem imaginären Rahmen parallel zum Boden und zur Decke anzuordnen. Kombiniere verschiedene Stile, Farben und Grössen. Eine gute Balance erreichst du, wenn du kleine Bilder oberhalb von grossen und dunklen, unterhalb von hellen Bildern aufhängst. Du kannst deine Galerie auch mit verschiedenen Objekten und kleinen Wandvitrinen ergänzen. Ein gelungener Mix macht deine Kunstgalerie so richtig interessant.